Guten Tag, mein Name ist Damian Mehanowitsch und ich bin der zuständige Berater bei der HayserG in Ulm für die Direktvermittlung in IT-Festanstellungen. Aktuell suche ich für meinen Mandanten in Kaufbeuren einen IT-Systemadministrator. Mein Mandant sorgt mit seiner Firmenhistorie, die fast 200 Jahre zurückreicht und über 1000 Mitarbeitern bei seinen Kunden für eine Rundumbetreuung auf höchstem Niveau. Für die IT suche ich einen Administrator, der sich sehr, sehr gut im Windows-Umfeld auskennt. Dabei nicht nur im Client, sondern auch im Serverumfeld. Bestenfalls kennen Sie sich natürlich auch in den klassischen Themen wie Active Directory und Exchange aus, bringen idealerweise auch noch Kenntnisse in den Netzwerktechniken mit. Wenn Sie also etwas bewegen möchten und aktiv an der Gestaltung der IT-Infrastruktur mitwirken möchten, dann sind Sie für die Stelle vielleicht genau der Richtige. Ihre Unterlagen können Sie mir sehr gerne an damimehanovic.hayserG.de schicken oder rufen Sie doch gerne einfach mal durch. Unter der 0731 70 511 210 können Sie mich dazu jederzeit erreichen. Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Vertrauen und freue mich von Ihnen zu hören. Damian Mehanovic von der HayserG. Bis zum nächsten Mal. B Britannik von der HayserG. DIGITER 1505 20 강al. Untertitelung des ZDF, 2020